moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute werden wir eine challenge machen und diese challenge heißt gewinnen aber ich darf keinen power cube haben also ich muss mit null power cubes eine runde gewinnen ja und wenn wir uns mal die map anschauen würde ich mal sagen wir nehmen dazu die gute muddi so das push video kommt übrigens bald hoffentlich bald ja und wir spielen dann jetzt hier die solo runde so let's go let's go let's go let's go die muddi das noch eine riko ich hoffe meine stimme ist besser geworden wenn nicht dann ein aber ein like gleich ein prozent stimme besser was mir gerade auffällt ich darf ja keine brauchen ich muss sagen ich wurde aber abgelenkt ich muss mich jetzt umbringen lassen das war so unnötig ich habe ein paar genommen wieso bin ich denn so dumm ach da nice so jetzt müssen wir eine runde spielen und diesmal richtig aufpassen ich darf nicht ein paar kippe ich muss weit weg ich muss abhauen nein kein power cube bin ich bin jetzt schon zwei wie da ist jemand macht kein auge so sechs leben noch ist richtig natürlich Natürlich ist da ne BAM drin, ok, vierter Platz und dann haben wir so viele Kipps-Rachschalter. Wir haben eigentlich mal verstanden wie die Challenge geht, spielen wir dann heran. Das ist ein Mortisch. Was ganz wichtig ist, wir brauchen unsere Ulti. Und dafür lassen wir jetzt den Reko nicht raus. So, oh, das tut mir so leute. Vielleicht bin ich aber ganz... So, so, so. Komm, 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 fischen. Gut, ich habe gut schaden gemacht. Gut schaden gemacht. So, so, so. Ah, oh. Oh, wiederverkackt. Ach egal. Ich würde mal sagen, wir spielen noch eine Runde, aber diesmal... Und wir spielen jetzt auch noch die letzte Runde. Und die letzte Runde mit unserem lieben Brock. So, komm Brock. Wir sind so kurz vor 1000, also lass jetzt ein Abo da. Mich mega freuen. So. Ich bin dumm, 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 ich bin dumm. So, komm. Hä? Oh, you bullying me. Oh. Okay, ich würde mal sagen, als Happy End, weiß ich das nicht, weil ich mir eine Runde mache. Ich weiß, ich bin... Ich sag WLAN. Und... So. So. Hier. So, schmeckt dir das? Schmeckt nach Mayonnaise, ich weiß. Ich weiß, dass du da drin bist. Ja. Oh, we... Nein. Oh, Junge. Oh, der hat WLAN Next. das ist so nice, so nice, so nice, ulti ready, auch nice, einfach in nichts, einfach in nichts schießen, das ist eine Bibi, was, okay Leute, das war sehr schlecht von mir, aber ich würde mal sagen, ich hoffe ihr dir dieses Video gefallen lassen, kommt uns abonniere, wir sind kurz vor 1000 Abonnenten, mega fein, ja, und ciao, euer Illy Gaming.